Die Puritaner Buchreihe mit Richard Sips Aus dem Buch Die von Herzen kommende Demut Mit der Überschrift Wie ein weiches Herz bewirkt wird Zuerst, ein weiches Herz wird durch ihn weich, der es gemacht hat. Denn kein Geschöpf in der Welt kann das Herz weich machen und bekehren. Allein Gott kann es ändern und wandeln. Denn von Natur aus sind wir alle irdisch, tot und hart. Folglich hat Gott diese gnädige Verheißung in Hesekiel 11, Vers 19 gegeben. Ich aber will ihnen ein einiges Herz geben. Ja, ich will einen neuen Geist in euer Innerstes legen. Und ich will das steinerne Herz aus ihrem Leib nehmen und ihnen ein fleischendes Herz geben. Das heißt, ein lebendiges, empfindsames Herz. Frage Aber macht Gott das Herz unmittelbar weich und wandelt es um, ohne Hilfe von Mitteln? Erklärung 1 Meine Antwort hierauf lautet, dass Mittel das Herz nicht weich machen, sondern Gott erweicht es durch den Gebrauch von Mitteln, durch sein Wort. Gottes Wort ist ein Hammer, um ein verhärtetes Herz zu zerschmettern und wie ein Feuer, das es schmilzt. Und auf diese Weise wirkt es zuerst, wenn Gott dem Herzen unseren verfluchten Zustand zeigt und demselben die wahren Gefahren für die Seele zeigt, in denen sie sich von Natur aus und durch die Gewohnheit der Sünde befindet und ihr die Schrecken des jüngsten Tages und die vorhandene Gefahr des Gerichts vor Augen stellt. Wenn der Geist Gottes durch das Wort die Seele überführt, dass sie in einem verdammten Zustand, tot, unter Zorn geboren und die Verdammnis ihr Erbteil ist, dass Gott von Natur aus finster auf sie blickt und die Hölle bereit ist und zu verschlingen. Wenn die Seele so überführt wird, dann beginnt das Herz, erstaunt zu sein und aufzuschreien, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Wenn das Wort so mit genauer Anwendung gepredigt wird, bewirkt es Gutes. Denn ein Mensch kann das Wort Gottes allgemein hören und doch kein zerbrochenes Herz haben. Wenn aber ein Petrus kommt und sagt, ihr habt den Fürsten des Lebens gekreuzigt. Und wenn ein Nathan zu David kommt und sagt, du bist der Mann, dann wird das Herz zerbrochen und bestürzt. Es ist aber nicht genug, wenn das Herz zerbrochen ist. Denn ein Topf kann in Stücke zerbrochen und doch für nichts gut sein. So kann es durch Schrecken und dem Bewusstsein des Gerichts mit dem Herzen sein. Und doch ist es nicht fügsam wie Wachs. Deshalb muss es schmelzen. Aus diesem Grund kommt, wenn Gott durch seine Gerichte das Herz niedergedrückt hat, dann der Geist Gottes und offenbart den Trost des Wortes. Dann wird die gnädige Barmherzigkeit Gottes in Christus offenbart. Bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Wenn dies so dargelegt wird, um eine niedergeschlagene Seele zu beleben, wird sie so fügsam und weich gemacht. Denn das Erfassen des Gerichts ist nur ein vorbereitendes Werk, welches das Herz bricht und für die Weichheit zubereitet. Erklärung 2 Ferner, Weichheit des Herzens wird durch ein Erfassen der Weichheit und der Liebe in Christus bewirkt. Ein sanftes Herz wird durch das Blut Christi sanft gemacht. Viele sagen, dass ein Kiesel nicht durch Feuer geschmolzen werden kann, sondern nur durch Blut. Ich kann nicht sagen, ob das stimmt oder nicht. Doch ich bin mir sicher, dass nichts das harte Herz des Menschen schmelzen wird, außer das Blut Christi, die Passion unseres gelobten Heilands. Wenn ein Mensch über die Liebe nachdenkt, die Gott ihm gezeigt hat, indem er seinen Sohn sandte und solch große Dinge getan hat, wie er sie tat, indem er Christus gegeben hat, um seiner Gerechtigkeit Genüge zu tun, indem er uns von der Hölle, Satan und dem Tod befreit hat, die Erwägung von diesem mit der Überzeugung, dass wir daran Anteil haben, lässt das Herz schmelzen und macht, dass es weich wird. Und das muss notwendigerweise so sein, denn mit der Predigt des Evangeliums zu niedergeschlagenen Sündern mit zerbrochenen Herzen kommt immer der Geist Gottes, der eine Anwendung des Evangeliums bewirkt. Christus ist die erste Gabe an die Kirche. Wenn Gott Christus gegeben hat, dann kommt der Geist und bewirkt in den Herzen eine begnadende Annahme der angebotenen Barmherzigkeit. Der Geist bewirkt Gewissheit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Jetzt werden die Liebe und Barmherzigkeit gespürt und bewirken wiederum in dem weichen Herzen eine zurückstrahlende Liebe zu Gott. Was hat der große Gott des Himmels und der Erde um meinetwillen Christus in die Welt gesandt? Hat er sich für mich zum Tod am Kreuz erniedrigt? Und hat der Engel zurückgelassen und ist an vielen Tausend in der Welt vorbeigegangen, um mich zu erwählen? Und hat er seine Pastoren gesandt, um mir diese Gewissheit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu offenbaren? Diese Überlegung kann nur Gegenliebe zu Gott bewirken. Denn Liebe ist eine Art Feuer, welches das Herz schmilzt. Sodass, wenn unsere Seelen überzeugt werden, dass Gott uns von Ewigkeit her liebt, wird dann seine Liebe zu uns erwidern. Und dann sagt unser Herz zu Gott. Rede, Herr, was möchtest du, dass ich tue? Die Seele ist formbar für das Tun, für Leiden, für alles, was Gott von ihr möchte. Dann heißt es, rede, denn dein Knecht hört. Und wenn so oft das Herz eingewirkt und es von dem Geist erweicht wurde, dann werden nachher im weiteren Verlauf unseres Lebens viele Dinge Weichheit bewirken. So werden die Werke Gottes, seine Gerichte, das Wort und die Sakramente Weichheit bewirken, wenn sie durch den Geist Gottes wirksam gemacht werden. Auch die Verheißungen Gottes erweichen das Herz, wie Römer 12,1 zeigt. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gottwohlgefälliges Opfer. Es gibt kein solches Argument, das Menschen zur Weichheit des Herzens überreden kann, wie auf die Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu verweisen. Und so wird die Furcht irgendeines Gerichtes Weichheit bewirken. Dies ließ Josias Herz erweichen, doch dennoch wirkte es nicht als erstes auf ihn ein. Denn weil er vorher ein weiches Herz hatte und sich Gottes Liebe sicher war, wurde sein Herz aus Liebe zu Gott und seinem Volk weich, als er von dem Gericht hörte, das über sein Volk kommen sollte. Nicht so sehr aus Furcht vor dem Gericht, sondern durch den Gedanken, dass Gott durch die Sünden seines Volkes gereizt werden sollte. So haben wir also gesehen, wie Weichheit des Herzens bewirkt wird. und wir sind und wir sind und wir haben vor dem Gericht. ein